In Kapitel 2 beschäftigen wir uns mit der Definition von Geschäftsmodellen und vor allen Dingen mit dem Unterschied zwischen Geschäftsmodellen und Geschäftssystemen. Wir werden uns dann auch noch mit Typologien beschäftigen sowie mit einzelnen Vorgehensmodellen, wie ich Geschäftsmodelle und Geschäftssysteme analysieren und entwickeln kann. Die kürzeste und knackigste Definition von Geschäftsmodellen sehen Sie hier auf dem Chart. Geschäftsmodelle sind demnach Grundtypen ökonomischer Aktivitäten. Ich versuche kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen, um welche Art von ökonomischer Aktivität es sich handelt und welches die zentralen Herausforderungen dieses Types von ökonomischer Aktivität sind. Sie finden aber auch langen Definitionen, hier schon eine etwas ältere aus dem Jahre 2004, die die vor allen Dingen deskriptiven Elemente aufgreifen, die wir im Kapitel 1 schon bei der Beschreibung von Geschäftsmodellen kennengelernt haben. Wichtig ist der Unterschied zwischen Geschäftsmodellen und Geschäftssystemen. Während die Geschäftsmodelle den abstrakten Typus beschreiben von ökonomischen Aktivitäten, sind Geschäftssysteme immer die konkrete Realisierung, das heißt die konkrete Umsetzung im Feld einer bestimmten ökonomischen Aktivität. So ist zum Beispiel eBay als Geschäftssystem eine Umsetzung des Geschäftsmodells elektronischer Marktplatz. Oder Google ist als Geschäftssystem eine Umsetzung, eine Konkretisierung des Geschäftsmodells Suchmaschine oder Information Broker. Wir werden ja in den Typologien noch verschiedene Einteilungen ökonomischer Aktivitäten finden und je nachdem, welche Typologie Sie hier anwenden, dementsprechend ist dann auch die Zuteilung von Google als Geschäftssystem auf den jeweiligen Typus eines Geschäftsmodells zu sehen. In einem großen Unternehmen ist es ganz typisch, dass mehrere Geschäftsmodelle verfolgt werden. Geschäftsmodelle dienen hier der sogenannten Ausrichtungsfunktion. Das heißt, damit kann ich grundsätzliche Fragen adressieren, welche Arten von ökonomischen Aktivitäten will ich in verschiedenen relevanten Feldern eigentlich adressieren. Wer sich etwas näher mit der strategischen Planung auskennt, wird erkennen, dass die Geschäftsmodelldefinitionen typischerweise auf der Ebene von sogenannten strategischen Geschäftsfeldern stattfinden, also auf der Ebene konkreter Produkt-Markt-Kombinationen, in denen das Unternehmen tätig sein will. Diese sind dann rahmend diese Überlegungen für die konkrete Ausrichtung der jeweiligen Geschäftssysteme in den einzelnen relevanten Märkten. Das nennt man die sogenannte Spezifikations- oder Definitionsfunktion. Sie konkretisiert die Ziele, Vorgehensweise und Geschäftsstrategien, die das Unternehmen in den jeweiligen Feldern verfolgen will. Das wird dann konkretisiert in der sogenannten Unterstützung- und Abbildungsfunktion durch die Definition konkreter Geschäftsprozesse und Abläufe, die diese Geschäftssysteme realisieren, und wird unterstützt durch Informationssysteme und IT, mit deren Hilfe die Geschäftsprozesse und die Aktivitäten tatsächlich realisiert werden können. In der Literatur finden Sie hierzu weitergehende Überlegungen und auch alternative Definitionen von Geschäftsmodellen und Geschäftssystemen. Sie finden auch gute Beschreibungen zu den einzelnen Beispielen von Geschäftssystemen in verschiedenen Branchen. Vielen Dank.